Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, Schorsch. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh! Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes mittelalter Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zu mitnehmen. Mittelaltes Käsesandwich, Hofnarrgürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Frau Mümmel hat einen riesigen Roboter-Drachen. Wollt Ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein. Seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Achtung! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Pepper findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Wartet, was ist das da drüben? Das ist der Osterhase. Pst, wir schleichen uns ganz leise an. Ja! Dann wissen wir endlich, wie der Osterhase wirklich aussieht. Das ist nicht der Osterhase. Das ist Luisa Löffel. Oh! Wir dachten, du bist der Osterhase. Nein, ich bin ich und ich habe ein Ei gefunden. Wir haben alle ein Ei gefunden. Ich bin ein kleines Häschen, was ich gern mag. Wir spielen und hüpfen den ganzen Tag. Oh, Mimmel! Könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Ich bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Pepper ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mimmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Nächster Hals in die Spielgruppe. Ich fürchte, wir müssen leider ohne Pepper anfangen. Aber ohne Pepper macht es gar keinen Spaß. Der Preis für den schönsten Kürbis aus dem eigenen Garten geht an... Luzi Locke. Das bin ich. Das macht Spaß. Der Preis für den besten im Supermarkt gekauften Kürbis geht an... Pedro Pony. Das bin ich. Nee. Der Preis für den besten Kürbis aus Plastik geht an... Was ist das für ein Lärm? Da. Was ist das? Da ist ein Licht am Himmel. Oh. Das ist ja ein fliegender Kürbis. Das ist Peppers Kürbis. Boah. Hallo. Leider sind wir zu spät. Hallo, Pepper. Sind wir noch rechtzeitig für den Kürbiswettbewerb? Aber natürlich. Der Preis für den besten fliegenden Kürbis geht an... Pepper Butts. Boah. Das ist das beste Halloween aller Zeiten. Pepper liebt Halloween. Alle lieben Halloween. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra. Pepper liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricket-Schläger. Oh. Spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricket-Spieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Pepper. Du bist raus, Pepper. Haha. Du bist dran, Pepper. Guter Schlag, Pepper. Oh weh. Der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mitten drin. Wenn ich dich hochhebe, Pepper, kannst du den Ball vielleicht holen? Äh. Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Pepper. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Pepper. Yippie. Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen noch mal so eins machen? Wir können noch tausend andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Pepper. Oh, supi. Gute Nacht. Gute Nacht. Pepper und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Ginguru. Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Die Wellen sind jetzt für Pepper und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Juhu. 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 Guck. So geht richtig, es Surfen. Juhu. Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie Tron. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Wurz, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Wurz. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Wurz auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal auf diese Welle an. Oh, weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Wurz. Willst du das? Welle, 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 Welle. Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Schorsch surft auf Papa Wurz wie auf einem Surfbrett. Wow, Schorsch hat ja ein super Gleichgewicht. Du bist ja ein Natur-Talent, Schorsch. Du kannst mir mal ein paar Tricks beibringen. Schorsch ist der Beste. Deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie. Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Ähm, vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wurz, ich kann das allein. Ups. Oh je, Peppa ist voller Schlamm. Ich sehe zwei kleine Schweinchen, die dringend ein Bad brauchen. Schorschs Bommelmütze steckt auf dem Schilf im Gartenteich. Wir haben wirklich Glück. Deine Mütze ist noch immer sauber, Schorsch. Aber wie bekommen wir sie wieder? Das ist eine Aufgabe für Erwachsene. Hm, ich brauche einen Stock. Fall aber nicht rein, Opa. Ich weiß genau, was ich hier tue, Peppa. Gleich habe ich sie. Ich sehe ein großes Schwanchen, das dringend ein Bad braucht. Opa Wurz, was machst du da um Himmels Willen? Ich mache gerade ein kleines Päuschen. Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das nicht. Das war ein Witz. Man sieht ja wohl klar und deutlich, dass ich in den Gartenteich gefallen bin, oder? Ja, also wirklich sowas Dummes. Peppa, Schorsch, ihr seid beide voll Schlamm bis in die Schuhe. Wir haben versucht, Schorschs neue Bommelmütze wiederzukriegen. Wo ist Schorschs Bommelmütze denn? Sie segelt durch die Luft. Ich hole jetzt Schorschs Bommelmütze zurück und dann geht ihr erstmal allesamt baden. Sei vorsichtig, Oma Wutz. Ich würde dafür einen Stock nehmen. Schönen Dank allerseits, aber es wird schon klappen. Ich habe Gummistiefel an. Wenn du auf den Misthaufen steigst, wirst du einsinken. Unsinn, Opa. Ich habe nicht die Absicht, eins zu sinken. Ich komme schon dran. Ich habe sie. Oh je. Oma Wutz ist voller Mist. Uh, stinkige Oma Wutz. Herzlichen Glückwunsch, Papa Clef. Dankeschön, alle miteinander. Papa, du siehst traurig aus. Ach, es ist nichts Schlimmes, Klausi. Aber wenn ich dieses Boot hier sehe, erinnert es mich daran, wie sehr ich das Meer vermisse. Captain Clef liebt das Meer. Dann öffne doch dein Geburtstagsgeschenk. Es ist eine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt? Das ist genau das, was ich wollte. Und los. Es ist nirgendwo so schön wie auf einem Segelboot. Man kommt an die schönsten Strände mit so einem Boot. Wir könnten in die Südsee segeln, in die Antarktis aufbrechen oder sogar einen Wal sehen. Wir machen aber nur einen kleinen Ausflug. Das ist der Kanal. So, wo ist das Segelboot? Wir fahren auf diesem Kanalboot. Verstehe. Wir benutzen das Kanalboot, um zum Segelboot zu kommen. Nein, Papa Clef. Wir benutzen dieses Boot für deine Geburtstagsfahrt und schippern damit den Kanal entlang. Aber auf einem Kanal fährt man nur hier lang oder da lang. Das macht Spaß. Komm schon, Papa. Es ist ein Boot. Ja, Klausi, du hast recht. Ein Boot auf dem Wasser. Alle an Bord. Oh, ich wollte das eigentlich sagen. Oh, entschuldige. Sag's nochmal. Alle an Bord. Die Segel setzen. Oh, wo sind denn die Segel? Kanalboote haben keine Segel. Drück einfach auf diesen Knopf, dann fährt das Boot los. Ah, danke schön, Mama Clef. Und weg sind wir. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus. Fährt die Schipperkäste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Der Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittagessen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye, bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ähm, ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frage mich, wer hier wohnt. So mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf. Da sind wir einfach rein spaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow. Das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja. Mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa ist beim Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, wir sind da. Hallo. Oh. Da ist Herr Wolf. Herr Wolf, was machen Sie hier? Ich kam gerade vorbei und wollte etwas essen. Hier gibt es immer so leckere Speisen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei Hallo. Und wie können wir euch heute helfen? Sorge. Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Ähm, eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeug-Dinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sousia. Sousia. Exzellente Beschreibung. Hm, wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie da hingekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir noch mal suchen? Sousia. Ach ja. Da wären wir. Ein Karton voll mit Plastik-Dinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Hm, ich fürchte, mehr Spielzeug-Dinosaurier haben wir nicht. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Hallo, Opa Wutz. Hallo. Hallo, altes Haus. Opa, der Mann hat gerade altes Haus zu dir gesagt. Ja, Pepper, das ist nur ein anderer Ausdruck für alter Freund. Sind das denn deine Freunde, Opa? Äh, nicht wirklich. Wir sind halt Mitglieder im selben Segelverein. Also, wo liegt denn jetzt eigentlich mein Boot? Wie sieht dein Boot denn noch mal aus, Opa Wutz? Es hat oben auf dem Mast eine kleine rote Flagge. So wie diese kleine Flagge? Ah, ja. Oh je, das Segelboot von Opa Wutz ist gesunken. Ich fürchte, das wird heute nichts mit unserem Segelausflug. Oh. Hier kommt Opi Mümmel mit seinem Schwebefahrzeug. Was ist denn das für eine Monstermaschine? Ist das überhaupt im Segelverein erlaubt? Hallo, was für ein herrlicher Tag zum Segeln. Hallo, Opi Mümmel. Peppa, du siehst traurig aus. Was ist denn passiert? Wir können nicht segeln gehen, weil Opas Boot gesunken ist. Oh je. Kommt, springt einfach rauf auf mein Schwebefahrzeug. Hurra! Also, ich weiß ja wirklich nicht, ob das... Hörtet eure Hüte fest! Oh, ah, oh, ah! Opi Mümmels Schwebefahrzeug fährt auf dem Land und auf dem Wasser. Ich habe es selbst gebaut. Da würde man nie drauf kommen, oder? Das Teil brauchen wir eh nicht. Du kannst dir nicht mit diesem Teil herumkurven. Du bist ja kein Mitglied im Segelverein. Aber du bist doch Mitglied im Segelverein. Ja, aber... Dann ist das schon in Ordnung. Ja! Es geht doch nichts über einen friedlichen Segelausflug. Das Säuseln der sanften Wellen, die Ruhe des weiten Moor. Was für ein entsetzliches Geräusch. Hallo da drüben. Perfekter Tag für einen Segelausflug. Schon wieder diese Monstermaschine. Das ist doch Opa Wutz, oder? Äh, hallo? Ipi! Ha, ha! Bist du noch traurig, weil du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Weißt du was, Peppa? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, ich sollte auch einen Stern haben. Warum? Weil ich immer schon gerne Sachen gebaut habe. Und ich habe ständig gezeichnet. Was war denn deine beste Zeichnung, Papa? Willst du sie gerne sehen? Ich glaube, sie muss hier noch irgendwo sein. Bestimmt ist sie oben auf dem Speicher. Ah, hier ist mein alter Schulranzen. Und hier ist meine Zeichnung. Wow, es ist ein Drache. Er ist wirklich gut, Papa. Ja, ich war ganz zufrieden damit. Du hast aber keinen Stern bekommen. Nein. Hm, das ist traurig. Am nächsten Tag gehen Peppa und Schorsch in die Spielgruppe. Guck mal das hier, Luzi. Das ist so gemein, Peppa. Du bist so gut in Zeichnen. Das ist doch gar nicht meine Zeichnung. Die ist von meinem Papa. Oh, für eine Erwachsenen ist sie mittel. Er hat sie vor langer Zeit gezeichnet, als er noch klein war. Ah. Peppa, hast du wieder ein schönes neues Bild gemalt? Nein, Madame Gazelle. Das ist die Zeichnung von meinem Papa. Ach ja, ich erinnere mich. Dein Vater hat gern und oft gezeichnet. Aber sie haben ihm nie einen Spielgruppenstern gegeben. Hierfür muss ich ihm einen gegeben haben. Haben sie aber nicht. Papa Wutz, hierfür verdienen sie einen Spielgruppenstern. Ich war noch nie so stolz im Leben. Papa Wutz ist der Spielgruppen-Star. Hurra auf Papa Wutz. Ihr bloßt eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief. Aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Hm, vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein. Das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja. Dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp! Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicke-di-klack, klicke-di-klack, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 tuff. Klicke-di-klick-di-klack. Ich habe ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Haha, es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinem Wasserhälen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Äh, ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Äh, gute Nacht. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Pepper und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Pepper und Schorsch übernachten zum ersten Mal in einem Zug. Klickidi-Klack, klickidi-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 lalalala, tut, tut. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück im Zug. Guten Morgen. Frau Mümmel, sollten Sie nicht besser in der Lok sein? Keine Sorge, der Zug fährt auf Schienen, der verirrt sich schon nicht. Möchten Sie Kaffee oder Orangensaft? Ich hätte gerne beides. Nein, Kaffee oder Orangensaft. Sie können nicht beides haben. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer. Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui. Oh, oh, oh. Oh, eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen. Aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich Schorsch versteckt? Schorsch, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Petro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht, Petro. Ich bin doch Superpony. Oh, kommt Superpony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Superpony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Heute ist Wochenmarkt. Es gibt viele Stände mit frischen Lebensmitteln. Äpfel, Äpfel, Äpfel frisch vom Baum. Käse, stinke Käse. Fisch, ganz frischer Fisch. An jedem Marktstand gibt es nur eine Ware. Äpfel, Käse, Fisch. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Violinen, Eiercreme, Raketenantriebe. Pepper will mit ihrer Familie auf dem Wochenmarkt einkaufen. Frische Äpfel. Wir würden gerne Äpfel bei Ihnen kaufen. Was für Äpfel möchtet ihr? Große, kleine, rote, grüne? Wir hätten sehr gern die allerleckersten Äpfel. Dann probier mal. Mh, sehr lecker. Eine Tüte sehr leckere Äpfel, bitte. Dankeschön. Käse, Käse. Yum, yum. Schorsch liebt Käse. Ich habe heute einen sehr würzigen Käse dabei. Sie sollten unbedingt mal daran schnuppern, Papa Wutz. Der Geruch des Käses hat Papa Wutz einfach umgehauen. Wow, also das nenne ich mal einen strengen Käse. Exquisit, nicht wahr? Mh, yum, yum. Schorsch liebt Stinkelkäse. Den möchten wir gerne kaufen. Natürlich. Dankeschön. Fisch, ganz frischer Fisch. Können wir bitte etwas Fisch bei Ihnen kaufen? Okay. Ich habe hier Forellen, Schelfisch, Makrillen und Tintenfisch. Was darf es denn sein? Die sehen alle gut aus. Dann nehmen Sie doch von jeder Sorte ein. Dann können Sie ein leckeres Fischeintopf machen. Fischeintopf, köstlich. Dann bitteschön. Haben Sie vielen Dank. Fisch, Äpfel, Käse. Jetzt kommt der Stand von Herrn Fuchs. Bananen, Bohrmaschinen, Handtaschen. Ich verkaufe einfach alles. Was möchten Sie? Gar nichts. Dankeschön. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Äpfel, Käse und Fisch. Mama, können wir das lustige Hühnchen auf dem Computer spielen? Im Moment nicht, Peppa. Ich muss dringend mit dem Buch fertig werden, an dem ich gerade schreibe. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa? Wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, 1,112. Das war toll, Schorsch. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher. Und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle öflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 4, oh. Werft mal einen Blick ins Wasser. Ich kann da überhaupt nichts sehen. Ich glaube, da ist niemand drin. Wartet. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Ah, Krokodil. Hallo, ich bin Frau Krokodil. Ich passe hier auf die Pinguine auf. Oh, Pinguine. Sind sie nicht niedlich? Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh. Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil. Und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Garzelle. Oh, natürlich, klar. Garzelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja. Die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren? Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt es denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Hurra! Ganz schön großer Einkauf. Stand alles auf Oma Wurz' Einkaufszettel. Wo ist das Auto? Ich bin nicht mit dem Auto hier. Ich wusste ja nicht, dass ihr so viel einkauft. Oh, dann rufe ich uns ein Taxi. Hallo, Taxizentrale. Ich schicke Ihnen sofort einen Wagen. Entschuldigung, ich muss nur mal kurz raus. Ich bin gleich wieder da. Ihr Taxi ist da. Wohin soll es denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wurz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage, kaufen dies, kaufen das. Ständig Einkaufen, Einkaufen. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha. Stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto. Oma Wurz verreist für ein paar Tage. Opa Wurz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wurz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser. Ja, ja, ich weiß. Oma Wurz. Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wurz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale. Hallo, Oma Wurz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Danke schön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja, und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wurz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mimmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Pepper und Schorsch winken Oma Wurz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Pepper und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen falschen Umsprung machen möchte? Meine, 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 meine. Wir brauchen nur einen. Pepper und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder, Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas hab ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist wie wir Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprung-Trainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen. Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh! Oh, weh! Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein! Das ist Papa Wutz! Sie sind unterwegs. Ende! Ich sehe Sie kommen. Ende! Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende! Schicken Sie sie runter. Ende! Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Absipos! Und Augen offen halten! Und Augen offen halten! Jawohl! Juhu! Das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Bremsen! Oh ja, Bremsen! Gut gemacht! Im Straßenverkehr müsst ihr immer besonders gut aufpassen. Kinder, bedankt euch bei den Polizisten, dass sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns etwas so Wichtiges beizubringen. Dankeschön! Das haben wir sehr gern getan. Wenn ich groß bin, möchte ich auch Polizeiwachtmeister sein. Und was magst du besonders gern am Beruf des Polizisten? Ich mag gern die Trillerpfeife. Sehr gut gemacht! Aber als Polizist muss man noch einiges mehr können, als nur zu pfeifen. Oh ja, unsere Arbeit ist ganz schön anstrengend. Wir haben jede Menge wichtiger Sachen zu tun, wie... Ähm... Die Polizei löst rätselhafte Verbrechen und fährt Autos mit Blaulicht. Nina, Nina, uh... Ganz genau, Freddy. Also gut, wir müssen jetzt wirklich weiter. Und nicht vergessen, immer schön die Ohren und Augen offen halten. Boah! Wer hat denn den Baum dahingestellt? Ja, das ist kein sicherer Platz für einen Baum. Ich werde das notieren. Gefährlicher Baum im öffentlichen Straßenverkehr. Ha! Seht ihr, Kinder? Ein Polizist ist nie fertig mit der Arbeit. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Peppa liebt die Polizei. Alle lieben die Polizei. Aber wie können sie im Meer arbeiten? Mit diesem U-Boot hier. Wow! Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte! Okay. Hüppchen! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Wow! Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Peppa. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen... ...dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals auf keinen Fall irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal! Kleine Fische! Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guckt doch mal da! Ein großer blauer Seestern! Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh! Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, sich hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke. Genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, Schorsch? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünsen. Wow! Schorsch hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa. Hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Einverstanden, Schorsch. Wir angeln nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Runter. Hurra! Wir haben den Dinosaurier. Oh. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Ho, ho, ho. Versuch's doch mal. Oh nein. Jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht zu schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Oh. Ohne das Beste ist, ihr habt doch jeder eine Baggerfahrermedaille verdient. Ihr seid voll ausgebildete Baggerfahrer. Hurra! Danke für den Besuch im schönen Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Tschüss. Wiedersehen. Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Stopp! Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bagger, Bagger. Herr Bulle, dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland und wir haben Medaillen. Oh, das ist was anderes. An Bord mit euch. Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken. Also dann los. Drückt auf den Knopf. Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen. Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen. Tut mir leid, Herr Bulle. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht Baggern richtig Spaß. Peppa und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Bedeutet das? Guck mal, dieser Elefant sieht ein bisschen traurig aus, aber ihm fehlt einfach nur Füllung. Teddy mag es gern schlapprig zu sein, aber vielen Dank, Frau Mimmel. Braucht der Dinosaurier etwas extra Füllung? Verstehe. Möchte Teddy neue Kleidung? Vielleicht diesen schicken Matrosenanzug? Aber Teddy ist doch ein Mädchen. Mädchen können auch Matrosen werden, Peppa. Ja, aber Teddy will keine Matrosine werden. Wie wäre es mit Pilotin? Nein. Tiefseetaucherin? Nein. Oder vielleicht Prinzessin? Ich glaube, Teddy ist am glücklichsten ganz ohne Kleider. Vielen Dank, Frau Mimmel. Und was ist mit Herrn Dinosaurier? Nein. Meinetwegen. Braucht Teddy neue Augen? Augen sind das Fenster zur Seele, sagt ein altes Sprichwort. Was ist die Seele? Ah, das ist etwas kompliziert. Schaut mal diese Augen. Wir haben grüne Augen, blaue Augen, rote Augen oder diese Kuller Augen. Mit solchen Augen sieht das Seelending bestimmt komisch aus. Teddy braucht überhaupt gar keine neuen Augen. Vielen Dank, Frau Mimmel. Was ist mit Herrn Dinosaurier? Will er vielleicht neue Augen? Nein. Fein. Was sich Teddy sonst noch anbieten könnte, ist eine neue Stimme. Die Stimmen sind in diesen Plastikboxen. Man steckt sie in den Bauch. Hallo, ich hab dich lieb. Das ist aber gar nicht Teddys Stimme. Ich bin so glücklich. Ich will spielen. Das ist nicht Teddy. Du bist meine beste Freundin. Aber das ist die Stimme vom Pinguin. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Herr Dinosaurier, möchten Sie eine neue Stimme? Warum frage ich überhaupt? Da bleibt also nur eins, was ich für deinen Teddy tun kann, und zwar ihn zu waschen. Nein, Teddy will auch nicht gewaschen werden. Okay, ich bin durch. Und die gute Nachricht ist, mit Teddy und Herrn Dinosaurier ist alles in Ordnung. Das ist wunderbar. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. Oh. Teddy, ich hab dich so doll lieb, wie du bist. Und das wird auch für immer so bleiben. Habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Ja. Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmahnen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Pepper sprechen? Pepper, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komm ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Äh, was hältst du von diesem Turm, Pepper? Sehr gut. Aber noch etwas zu Pappkartonartig. Hm, vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Pepper. Was sagst du, Pepper? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Hm, jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Oh, ähm, mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, ähm, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Pepper und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hier reinzubringen. Ach, wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Pepper liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommel. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame Gazelle. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine Außerirdischen-Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Mars-Mans. Piep, piep, piep. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hörst du? Ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Uah, also ich fühle mich müde. Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, es ist Musik. Sie erinnert mich an einen ehrlichen Garten, an einem heißen Sommertag. Einen jungen Mann mit einem gebrochenen Erd. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Oh. Sieht so aus, als könnten eben nicht alle dieselben Dinge im Leben mögen. Also ich mag gerne Weltraummusik. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Schon gut, schon gut. Woran müsst ihr bei dieser Musik denken? Ich weiß es, ich weiß es. Bei dieser Musik denke ich daran, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Hier lang. Los, Aluminat. Pitsche, Patsche, Misch, Matsch, Matschepfützen. Plitsch, Platsch, 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 Platsch. Wenn er jetzt sechsmal geläutet hätte, wäre es dann auch sechs Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt hundertmal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp. Hier geht es gerade nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Die Tower Bridge wird hochgeklappt, damit große Schiffe hindurchfahren können. Gut, jetzt wo das Schiff weg ist, können wir weiterfahren. Bitte senken Sie die Brücke. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, aber da kommt noch ein zweites Schiff. Was zu viel, es ist zu viel. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Alles festhalten, bitte. Du freut die. Der Bus schwankt auf der Brücke. Und was sollen wir jetzt tun? Nur die Ruhe, liebe Kinder, ich habe eine sehr gute Idee. Bewegt euch alle zum vorderen Busende. Okay. Hurra! Die Königin ist eine gute Busfahrerin. Gefällt euch die Tour durch London, Kinder? Ja! Oben offene Busse sind die besten. Warum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser Bus? Es regnet. Ah, ja. Warum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser hier? Kinder, öffnet eure Regenschirme. Es ist sehr wichtig, einen Regenschirm dabei zu haben, wenn man London besucht. Nächster Halt. Trafalgar Square. Oh nein, das ist ja schade. Trafalgar Square ist voller Pfützen. Aber wir lieben Pfützen. Tolle Pfützen. Hüpfen Sie mit uns, Majestät. Das sieht nach Spaß aus. Und wozu habe ich sonst meine Gummistiefel an? Hui! Die Königin liebt es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Alle lieben es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Ja, Peppa, so groß bist du. Also bin ich größer als früher. Ja, du bist auch gewachsen, Peppa. Und jetzt ist Schorsch dran. Siehst du, Schorsch, so groß bist du. Ich bin größer als Schorsch. Oh. Keine Sorge, Schorsch. Wenn du älter wirst, wirst du auch größer. Ja, aber ich werde immer größer sein als du, Schorsch. Weil ich nämlich auch immer älter sein werde. Es ist Zeit für die Spielgruppe. Kinder, wir haben ab heute einen neuen Freund in der Spielgruppe. Sagt Hallo zu Gerald. Hallo, Gerald. Hallo. Wow, du bist ja echt groß. Dann bist du bestimmt auch schon alt. Nein, Gerald ist genauso alt wie du. Wie kann er denn dann so groß sein? Ich bin groß, weil ich eine Giraffe bin. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Sagt mal ab. Man ist bis zu den Ohren spitzen. Oh, sehen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, aufgepasst. Ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Wie ist es denn so, wenn man klein ist?